Yo Leute, heute stelle ich euch wieder ein neues Plugin vor und heute geht es um Faction Essentials. Das ist ein Essentials System, welches eigentlich nur für Faction Server gedacht ist, aber ich denke, dort werden doch einige Sachen zugefügt werden. Das sind alle Sachen, welche momentan möglich sind mit dem Plugin und das sind auf jeden Fall schon eine ganze Menge. So, dann bin ich auch schon wieder mit dem Screen und jetzt connecten wir uns erstmal auf den Server. Das ist so ein kleiner Test-Server von mir. Und wenn wir joinen, dann steht hier erstmal, Leitung has joined the game. Soweit alles in Ordnung, man sieht auch nicht allzu viel. Allerdings, wenn man jetzt eingeht, Slash Fest, dann hat man hier eine Menge Commands, die man ausfüllen kann. Und dann fangen wir mit dem ersten an, das ist Slash Night Vision. Und dann hat man den Night Vision Mode, das ist auch ein bisschen Effekt anders gemacht. Wenn man den wieder weg haben möchte, dann macht man das mit demselben Command halt nochmal. Gut, dann kann man hier nochmal die Colors sehen. Wenn man die halt vergessen hat, hat man hier nochmal alle. Also als Aufrüstung, Slash Formals hat man ebenfalls. Ist halt einfach nur, nehmen wir einfach nur die Formate. Ansonsten hätten wir jetzt hier noch Slash Chat. Also man kann hier noch eine Menge einstellen. Und zwar Chat Toggle. Chat hier und einmal den eigenen Chat. Damit toggeln wir erstmal den gesamten. Und das Leitung ist lockt, der Chat kann natürlich alles einstellen. Und die Admins können natürlich weiterschreiben, die normalen Spieler hingegen nicht. Somit passt es. Und jetzt ist es wieder unlockt, genau. Und dann schauen wir uns nochmal den nächsten Command an. Welchen Admin noch? Genau, wir hätten jetzt noch Slash Ping zum Beispiel. Kann man so ein Ping sehen, 29er Ping. Genau, und Slash Who zum Beispiel ebenfalls. Dann kann man sehen, wer vom Stuff alles online ist und wie viele Spieler gerade insgesamt online ist. Sind wir nicht, genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ist halt vielleicht auch ein gutes Feature für Premiums. Das war, wenn man jetzt hier zum Beispiel ein rohes Schweinfleisch hat und dann eingibt, Slash Smelt. Dann wird das automatisch gebraten und ja, hier steht auch Item Smelted. Somit ist es ebenfalls eine coole Sache. So, wenn wir Slash Creeper eingeben, dann haben wir unseren privaten Creeper, sag ich einfach mal. Da steht auch Leitungscreeper, das ist eine coole Sache. Bin auch nicht eingefallen, dass man vielleicht sowas machen könnte. Das ist halt eine coole Idee. Aber, gut, dann hätten wir jetzt hier noch Autocraft TNT Using the Materials in your Inventory, genau. Das heißt, man kann hier auch selbst TNT zusammencraften, wenn zum Beispiel Sand und Gunpowder in seinem Inventar tut. Und dann nehmen wir den mit 0 wahrscheinlich gehend und dann Slash TNT eingibt, dann wird es gecraftet richtig. Und dann erhält man hier das TNT und der Rest, der bleibt da. Ups, der Typ explodiert. Sehr schön. Gut, sehr schön. Wir hätten dann jetzt noch Slash Fehl TNT, die dazu, um zum Beispiel Dispenser aufzuladen. Wenn man hier welche stehen hat, dann gibt man einen Slash Fehl TNT. Und dann kann man den Slash TNT auffüllen, habe ich gerade gemacht. Hier, you filled two Dispensers with 12 TNT, somit habe ich das zu wirklich gefühlen. Und ist halt ebenfalls eine coole Sache. Gut, dann hätten wir jetzt noch Slash Trash. Hier hätten wir den Trash Bin, wo wir einfach alles reinpacken können. Genau. Und dann verschönt das natürlich. Dann hätten wir noch Fake OP. Und dann zum Beispiel Leitung. Also hier steht dann Opt-Leitung. Somit kann man ein bisschen faken, dass die jemanden OP haben. Oder auch Slash Freeze. Freeze Leitung. Ja, Frozen. Pitch Check. Chat for Instruction. Und man hört, ich tue all das nicht. Ich kann mich trotzdem nicht bewegen. Also es geht aber nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn man, genau, wenn man disconnectet oder innerhalb von 5 Minuten nichts macht, dann wird man automatisch gebannt. Beziehungsweise wird man die Konsequenzen zu rechnen haben. Und wenn das sobald etwas geklappt hat, dann kann man nicht wieder beendfriesen und dem Schiff da antworten. Und somit war es das auch mit den Commands. Ich würde sagen, wir sehen uns erst mal ganz kurz in der Conflict wieder. Dann zeige ich euch dort noch ein paar Ansteigungsmöglichkeiten. Und bis gleich. In der Conflict sieht man natürlich wieder relativ viel Text. Das ist diesmal wirklich extrem viel. Ja, wie soll ich jetzt dazu sagen. Fangen wir mal ganz von oben an. Hier gibt es ein paar Informationen über das Plugin, wie auch immer. Und hier kann man jede einzelne Message im Plugin übersetzen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Werde ich jetzt garantiert erstmal nicht machen. Sondern ihr könnt es dann selbst ausprobieren, wenn ihr das Plugin nutzt. Genau, dann hätten wir jetzt hier noch so ein paar Ansteigungsmöglichkeiten, wo man zum Beispiel diesen failtnt-command machen kann. Und ja, dann checkt auf jeden Fall mal das Plugin aus. Das kostet glaube ich 1 Euro und es ist sehr lohnenswert, sich das einmal zu kaufen. Wie gesagt, man hat hier ein paar andere Sachen. Und ja, ich würde es auf jeden Fall relativ cool finden, wenn ihr da mal vorbeischaut. Den Link zum Download habt ihr natürlich bei mir unten in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch bis dahin einen schönen Tag.